Hi, ich bin Isabella Effenberg aus Polen, aber ich wohne seit vielen Jahren in Deutschland. Ich bin Vibraphonistin, aber ich spiele und experimentiere mit vielen außergewöhnlichen Instrumenten. Ich will jetzt euch zeigen, wie sie klingen und wie sie aussehen. Ich bin Vibraphonistin, aber ich bin Vibraphonistin. Ich bin Vibraphonistin. Ich bin Vibraphonistin. Ich bin Vibraphonistin.